Bist du als Tennistrainer mit deinem Business oder vielleicht sogar als Mensch immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich weiter nach vorne zu arbeiten, sich zu verbessern und weiter nach vorne zu blicken, dann geht es wahrscheinlich dir genauso wie mir. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und ich möchte euch in diesem Video viereinhalb Tipps zeigen oder vorstellen, viereinhalb Empfehlungen vorstellen, was mich in den letzten zwei Jahren in meinem Unternehmen, aber auch als Mensch weitergebracht hat. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und willkommen zu einem etwas außergewöhnlichen Video. Ja, warum außergewöhnlich? Heute möchte ich euch mal nicht direkt Tennisspezifische Dinge zeigen, sondern es geht einfach um das Ganze drumherum. Nämlich, wie kannst du dich als Trainer oder eben halt auch mit deinem Business, mit deinem Unternehmen, denn Trainer sind natürlich auch Businessleute, wie kannst du dich dort weiterentwickeln? Und ich möchte hier meine Erfahrungen einfach mal so ein bisschen preisgeben. Der Grund, warum ich so ein Video mache, ist in erster Linie, weil ich Danke sagen möchte. Danke an euch, danke fürs Supporten dieses Kanals. Ich habe mittlerweile 2000 Follower überschritten und das sind so kleine Meilensteine, diese man sich natürlich als YouTuber und natürlich auch in seinem Unternehmen setzt. Und wenn man die erreicht hat, ist man natürlich schon auch etwas stolz, aber man weiß natürlich auch, dass es noch sehr, sehr viel Luft nach oben gibt und ich daher natürlich auch weiterhin an meinen Inhalten hier arbeiten werde. Bevor ich jetzt gleich zu meiner ersten Empfehlung komme, die euch vielleicht helfen kann, möchte ich vielleicht etwas zu meiner beruflichen Situation sagen. Warum das Ganze? Warum jetzt nicht nur Tennis, sondern eben vielleicht auch der andere Tipp für euer Business? Das liegt daran, ich bin seit 13 Jahren Webdesigner, also Tennis ist nicht mein Hauptberuf, natürlich auch mein Hauptberuf, aber auch eher mein zweites Standbein. Ich bin in erster Linie Webdesigner von Beruf und habe seit über 13 Jahren eine Webdesign-Agentur. Und ja, in Kombination mit Tennis tauchten da natürlich die ein oder anderen Probleme auf. Natürlich, wie manage ich meinen Tag? Wie mache ich das Ganze? Und ich möchte einfach so ein bisschen meine Erfahrungen weitergeben, die ihr natürlich dann auch als Trainer oder wenn ihr vielleicht auch nur nebenberuflich Trainer seid, die euch vielleicht auch für euer Business helfen können. Die viereinhalb Empfehlungen, die ich euch jetzt geben werde, sind natürlich alles Empfehlungen, die kommen rein von mir aus, rein aus meiner Erfahrung und sind Sachen, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Ja, das hat nichts mit irgendwelchen Abstimmungen zu tun oder mit irgendwelchen Kooperationen. Ich teile das, du teilst meins oder sonst was. Nein, ich kriege für die Empfehlung hier kein Geld oder sonst etwas. Ihr könnt mich unterstützen. Ich werde zu den Sachen, die ihr über Amazon kaufen könnt, könnt ihr hier unten in der Videobeschreibung einen Link sehen. Dort könnt ihr draufklicken und wenn ihr euch das Video, hallo Katze, wenn ihr euch, ja, dieses, das Buch oder die Empfehlung dann über Amazon kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Das war es aber auch. Also wie gesagt, alles Tipps rein von mir und das ist mir auch ganz wichtig nochmal vorweg zu sagen. Kommen wir jetzt zum allerersten Tipp, zur allerersten Empfehlung. Ja, ich würde euch gerne das Buch jetzt hier hochhalten. Ich habe es allerdings dem Cyril, einem Kumpel von mir, verliehen, weil ich ihm gesagt habe, du, das ist genau das Richtige, das könnte dich weiterbringen. Und zwar ist Cyril Zahnarzt und hat auch sich vorher schon mit Social Media beschäftigt. Und da geht es jetzt in erster Linie darum, wie kann ich mit Social Media weiterkommen. Warum interessiert dich das jetzt als Tennistrainer? Es geht hier um das Buch von Sama Mohamed. Und das Buch nennt sich Like, wie du mit Social Media dein Online-Imperium aufbauen kannst, Geld verdienen kannst und dein Online-Imperium aufbauen kannst. Großer Titel, was viel verspricht, ist allerdings aber auch Held, muss man ganz klar sagen. Dieses Buch ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt hier zu euch spreche, beziehungsweise warum ich mit YouTube gestartet habe. Nicht unbedingt der finanziellen Aspekte, sondern einfach, weil ich eine Möglichkeit gesucht habe, wie ich mein Tennistraining und mich als Person auch nochmal ein bisschen mehr promoten kann. Und da bin ich auf das Buch von Sama Mohamed gestoßen. Und hier in diesem Buch geht es darum, und solche Geschichten faszinieren mich einfach, wie Leute, die jetzt mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sind, die viel Geld verdient haben und sich einfach ein Imperium aufgebaut haben, wie die von ganz klein unten es nach oben geschafft haben. Und Sama Mohamed ist so einer, war wohl teilweise auch obdachlos und lebt auf der Straße und ist mittlerweile Mr. Promotion. Also Mr. Promotion, eigentlich Deutschlands bekanntester, beziehungsweise erfolgreichster Promotion-Marketing-Manager und hat sich dadurch ein großes Imperium aufgebaut. Total faszinierende Geschichte mit vielen Tipps, die ihr auch als Tennistrainer für euer Business mitnehmen könnt. Vielleicht, wenn ihr die Idee habt oder auch mal die Überlegung habt, mit Social Media was zu machen. Hier geht es nicht nur um YouTube, sondern hier geht es natürlich auch um Facebook, Instagram und die ganzen wichtigen Kanäle, mit denen ihr euch natürlich besser verkaufen könnt, mit denen ihr euch besser nach außen darstellen könnt. Und dieses Buch ist wirklich sehr, sehr hilfreich hier in dieser Form, wie ihr mit Social Media quasi nach vorne kommen könnt. Und jetzt gerade auch in dieser Zeit, ja, in dieser Zeit mit Corona, wo ihr vielleicht sogar gar nicht eurem Training nachgehen konntet und so weiter, kann man sich mit solchen oder empfehle ich euch, mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Tennisschule habt oder Tennistrainer seid und habt die Abwägung, das auch wirklich hauptberuflich zu machen und möchtet euch einfach auch noch ein bisschen besser darstellen, dann müsstet ihr euch schon oder solltet ihr euch auch schon mit solchen Medien wie Social Media befassen. Also Instagram, Facebook, vielleicht aber auch YouTube. Und da geht es dann gleich um meinen zweiten Tipp. Es ist bei mir so, dass ich mich mit diesen Dingen eigentlich immer im Urlaub befasse. Das heißt, ich bin Unternehmer, Selbstständiger und jeder, der Unternehmer und Selbstständiger ist, weiß, es gibt immer was zu tun und man hat eigentlich im Alltag so gut wie gar keine Möglichkeiten oder gar keine Zeit, sich in dieser Form letztendlich weiterzubilden. Und ich nutze dafür zum Beispiel immer meinen Urlaub, nehme ich mir immer ein Buch mit zu einem gewissen Thema, ich überlege, was kann mich besser machen und dann schaue ich mir entsprechend an, was ich mir da in dieser Form, wenn ich Zeit habe, eben angucken kann. Und so ist eben entsprechend mein YouTube-Kanal entstanden. Ich habe mir festgelegt, ich gehe auf YouTube, ich mache Videos für euch, verdiene vielleicht den einen oder anderen Cent dazu. Und dann kommt jetzt nämlich Tipp Nummer zwei. Und wenn ihr wirklich euch überlegt, mit YouTube etwas zu machen, dann lege ich euch ganz, ganz klar den Kanal So geht YouTube ans Herz. Ich blende es euch hier nochmal ein, alle Links auch unten in der Videobeschreibung. So geht YouTube ist ein Kanal mittlerweile mega erfolgreich von einer Social-Media-Agentur. Der Jan Fassbender macht das und der Jan hat eigentlich pro Woche zwei bis drei Videos, eher so zwei Videos, die er hochlädt und in denen er Leuten, die YouTube machen wollen, Tipps gibt. Und zwar vom Anfänger bis hin zum Profi. Und natürlich auch in YouTube, denn die Zeiten und die Bestimmungen und so weiter verändern sich natürlich und mit diesen Videos einen eigentlich immer up to date hält. Das heißt, wenn ihr jetzt mal fertig seid mit diesem Video, dann schaut euch doch vielleicht mal mein allererstes Video an. Denn mein allererstes Video ist aufgenommen, da sitze ich an einem Schreibtisch und habe natürlich vorher mir einige Videos von So geht YouTube angeguckt, vom Jan. Und habe natürlich festgestellt, ja, okay, ich muss ein bisschen was ändern. Ich, ganz frei weg, auch diese Videos hier sind natürlich noch lange nicht perfekt. Aber ich habe einige Anfängerfehler, sage ich mal, nicht gemacht, sodass ich zum Beispiel von Anfang an mir ein ordentliches Mikrofon gekauft habe. Viel, viel wichtiger erst mal als eine gute Kamera, sondern die Leute müssen einen verstehen können. Und das ist erst mal wichtig. Und solche Tipps, solche Fettnäpfchen, denen kann man mit diesem Kanal deutlich aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn ihr mal, egal in welcher Form, auch zum Beispiel, wenn ihr Tennis-Training nur nebenberuflich macht und ihr wollt auf YouTube etwas für euer Business machen, da anfangen wollt, empfehle ich euch diesen Kanal. So geht YouTube, einfach mal sich wirklich zwei, drei Stunden hinsetzen, mehrere Videos von dem gucken. Und gerade wenn es darum geht, Anfänge zu machen, ja, auf was ist wichtig, was sollte ich auf keinen Fall machen, wie stehe ich vor der Kamera, wie weit sollte die Kamera weg sein und so weiter. Also, das ist wirklich ein Kanal, top, kann ich empfehlen, hat mich weitergebracht. Den dritten Tipp, die dritte Empfehlung, die ich euch jetzt hier geben möchte, ja, das ist eine Person, das ist der Alexander Roger Wolf. Der Alexander Roger Wolf, muss ich eine kurze Geschichte zu erzählen. Ich war letzten Oktober in der Korbacher Tennishalle, dort hatte der hessische Tennisverband einen Lehrgang gehabt und ich habe mich dort mit einem Freund getroffen, mit dem Timo Göbel. Die Videos habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen, da ging es um das Tabata, Tabata-Intervall-Training, da ging es um die Black Rolls, also die Videos, die ihr vielleicht schon gesehen habt. So, und bei diesem Lehrgang, wo unter anderem der Alexander Roger Wolf noch mitgemacht hat, wurden auch meine Videos gezeigt, also meine YouTube-Videos. Da wurden eben gezeigt ein paar Übungen und der Alexander kam dann nach dem Lehrgang auf mich zu, beziehungsweise ich bin natürlich auch auf ihn zugegangen, wo ich gehört habe, da er ist ein absoluter Profi. Und dann haben wir so ein bisschen über meine Videos gesprochen, ging es dann um meine Gestiken, dass ich, und daran arbeite ich immer noch, du siehst es Alexander, dass ich teilweise zu schnell spreche und so weiter. Also, wie präsentiere ich mich vor anderen, ja, also vor der Kamera in erster Linie, aber wie präsentiere ich mich auch meinen Schülern im Tennis-Training? Das sind natürlich so alles so Sachen, die für euch auch als Trainer sehr entscheidend sein können und die ich euch auch ans Herz legen möchte, euch da vielleicht mal den Instagram-Kanal vom Alexander Roger Wolf anzugucken. Ich verlinke den auch in der Videobeschreibung, dort findet ihr den Instagram-Kanal und auch seine Webseite, die nennt sich AuthenticOnCamera.com, blend sie auch nochmal ein und dann schaut ihr bei ihm einfach mal vorbei. Er hilft euch auf jeden Fall weiter, wenn es darum geht, wie spreche ich vor anderen Leuten, was mache ich mit meiner Stimme, wie kleide ich mich, was mache ich bei Videocalls und so weiter. Also hier ein absoluter Fachmann und besucht ihn mal. Kommen wir zu meinem vierten Tipp. Und zwar geht es hier um das Thema Zeitmanagement. Ja, das ist ein Thema gewesen, wo ich definitiv, definitiv Optimierungsbedarf hatte und das habe ich jetzt vor kurzem auch umgesetzt und möchte ich euch ans Herz legen, nämlich das Buch 24-7 Zeitmanagement von Tim Reichel. Und ich habe mir dieses Buch, also ich habe so ein bisschen jetzt in meinem Urlaub Audible für mich entdeckt. Und Audible kann ich euch mega empfehlen, wenn ihr nicht Lust habt unbedingt, also wenn ihr nicht so diese Leseratte seid, ja, also die immer Bücher mitschleppt und Seiten blättert. Audible kann man wunderbar mit Hörbüchern Informationen aufnehmen und das habe ich auch mit diesem Buch gemacht. Also ich habe es mir quasi als Audible-Hörspiel quasi gekauft und wenn ihr das einfach mal testen wollt, Audible gibt es als 30 Tage Testversion mit einem freien Titel. Das heißt, ihr könnt, ein völlig kostenloser Tipp jetzt hier für euch, hört es euch einfach mal an. Ich habe nämlich in meinem Alltag extrem gemerkt, dass ich ein ganz, ganz schlechtes Zeitmanagement habe, dass ich viel Zeit verschenke, dass ich immer auf den letzten Drücker zu meinen wichtigen Terminen komme, dass ich eigentlich am Tag nicht das schaffe, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und da habe ich gesagt, ich muss was an meinem Zeitmanagement ändern und dieses Buch hat mich da wirklich, wirklich weitergebracht. Da geht es um zum Beispiel, wenn vielen vielleicht das euch sagt, die Eat the Frog-Methode, da geht es um Pläne aufstellen, da geht es um, was ist Priorität, was ist eher weniger Priorität, dass ich meine Aufgaben strukturieren sollte und wie ihr dadurch durch ein gutes Zeitmanagement effektiver arbeiten könnt. Und das bringt euch auf jeden Fall als Tennistrainer weiter, wenn ihr das hauptberuflich natürlich macht, aber auch wenn ihr es nebenberuflich macht. Und ihr wisst es ja, ihr seid hauptberuflich vielleicht, ja, was weiß ich, Physiotherapeut, aber nebenberuflich Tennistrainer und gebt am Tag drei Stunden Training. Wie bringe ich jetzt diese beiden Business unter einen Hut? Und ja, das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen und das ist ein Buch, was ich wirklich aufgesogen habe und mir sehr, sehr, sehr viel geholfen hat und mir am Tag jetzt mittlerweile doch erst mal mehr Freizeit gebracht hat, aber natürlich auch eine deutlich bessere Strukturierung meiner Alltagsaufgaben. Und ja, im Prinzip kostenlose Empfehlung für euch, einfach Audible mal versuchen und ein kostenloses Probeabo abschließen und euch dieses Buch laden. Sehr empfehlenswert. Den 0,5. Tipp, den ich euch jetzt hier ans Herz legen möchte. Ja, warum 0,5. Tipp? Hat in erster Linie damit zu tun, dass ich lange überlegt habe, bringe ich das jetzt hier wirklich in das Video? Aber ich möchte euch ja Tipps und Empfehlungen geben mit Sachen, die mir gefallen, die mich auch ein bisschen weitergebracht haben. Und da gehört auch die Story oder die Lebensgeschichte von Marcel Ehres dazu, nämlich Aka Montana Black. Montana Black, für die älteren Zuhörer oder Zuschauer, die ihn nicht kennen, ist der erfolgreichste deutsche Streamer. Also, er spielt Computerspiele und ist damals vom Junkie zum Multimillionär, also zum Millionär auf jeden Fall aufgestiegen. Hat eine unheimlich hohe Fanbase generiert und die gesamte Lebensgeschichte von wirklich von Junkie, Diebstählen bis hin dann hinterher zum Millionär ist unheimlich faszinierend, extrem spannend und deswegen 0,5. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, schaut es euch an. Ich habe es gesuchtet, muss ich sagen. Ich habe mir in zwei Tagen alle beide Hörbücher reingezogen und das ist auch eine absolute Empfehlung an euch. Kauft euch nicht das Buch, sondern kauft es euch über Audible als Hörbuch. Super guter Sprecher, perfekt gemacht, super Betonung und einfach nur ein affengeiles Buch, was ich finde und was natürlich eine Lebensgeschichte erzählt, wie es von ganz nach unten auch nach ganz nach oben gehen kann. Das ist mein 0,5. Tipp für euch. So, das war es eigentlich dann schon mit meinen Empfehlungen und ja, auch ich habe noch vieles zu lernen, auch in der Darstellung, in YouTube und so weiter, aber ich habe mir gedacht, ich bringe einfach mal so ein Video für euch, warum auch nicht und beim nächsten Mal geht es dann zum Thema Tennis weiter. Ihr seht, wir haben tolles Wetter, Tennisplätze bei uns sind leider noch nicht auf. Jetzt kommen die neuen Corona-Regeln, da habe ich schon das ein oder andere auf Instagram zugeschrieben. Also, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne auch auf Instagram und Facebook folgen und natürlich auch nicht vergessen, den Kanal hier zu abonnieren. Danke für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Martin.